Nachhören Sie mal! Sie trauen mir was! Jetzt, was kommt denn? Ich schuf die Schütze zu mir! Moment, wirst du mich nicht missverstanden? Ich komm gerade erst von der Schütze zu gucken. Sind Sie ein Überbrecher? Schütze zu mir! Nein, nein, nein! Sie sind die... Sie sind die Schütze zu mir! Sie sind die Schütze zu mir! Nein, 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 nein! Wirklich, vertrauen Sie mir! Ich habe nur irgendwie gerade ein Problem! Man sieht's! Ach! Es ist auch kein Wunder, dass die Dokumenten sich mal überprüfen! Wieso? Nachdem was passiert ist? Sie meinen die Sachen mit dem Mädchen! Sie sind gut informiert! Nein, ich hab kein Plastischen Schütze zu machen! Wir gehen gerade erst mit der Weißaufnahme! Hätten Sie eine Information für mich? Information? Gut, gut, gut! Setz Sie mich! Gern! Hören Sie gut zu! Vor kurzem wurde eine Bundesfrau tot auf dem Hund gefahren. Sie wurde an einem Gegenstand erschreckt. Jedoch konnte man das nicht identifizieren. als die Schütze im Hund, kurz nötig. Es standen, war sie spurlos verschwunden. Seitdem hört man selbst Geräusche, Tag für Tag. Und immer wieder sieht man. wir schauen mal an den Fenster. Die Seele, den Verlusten und Körper. Bitte die Geisterin, wir sehen, den Körper zu nehmen. Die Seele, den Kollegen, den Kollegen, wir sehen uns bei der Weißaufnahme. Das ist eine Waffe-upfrau. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.